Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rauchopfer. Ja, liebe Zuhörer, heute soll es mal wieder um eine Zigarre gehen. Und zwar von einer Marke, die mir bisher gänzlich unbekannt war. Und deswegen ist es umso spannender immer, finde ich, wenn man so einen kompletten Blindkauf, sag ich jetzt mal, vor sich hat. Es soll heute gehen um die Los Blancos in der Serie Nein. Ja, die Familie Blanco, denn das aktuelle Gespann besteht aus David Blanco und der Vater Cesar Blanco. Die fertigen seit 1998 in ihrer kleinen Tabacalera Nicaragua verschiedene Longfiller Zigarren. Die Familie hat wohl schon ein längeres, sag ich mal, Vorspiel im Zigarren-Business. Sie hat es von Spanien nach Kuba verschlagen. Von Kuba sind sie dann emigriert, zunächst in die USA, dann weiter nach Nicaragua. Also, auch wenn sie vielleicht keine eigene Tabacalera hatten, waren sie da wohl immer so ein bisschen verwoben in der ganzen Zigarren-Szene, sag ich jetzt mal. Ja, was macht denn die Nein aus? Die Nein macht aus, dass ihr Deckblatt, es ist ein Oscuro, also ein ziemlich dunkles Deckblatt, das ist ein Oscuro Corojo. Das wurde mindestens drei Jahre gereift. Das Umblatt stammt auch aus Nicaragua, aus dem Jalapartal und in der Einlage werden drei verschiedene Ligeros verwendet. Und die sind auch aus Nicaragua. Entschuldigung. Das bedeutet, wir haben hier einen Puro vor uns, der komplett aus Nicaragua kommt. Warum der Name, warum Nein, warum Neun? Schlicht und ergreifend, weil es die neunte Mischung war. Also ich weiß nicht, manche von euch wissen vielleicht, wie das funktioniert. Also bevor eine neue Zigarre geblendet wird, da werden verschiedene Testmischungen, sag ich jetzt mal, angefertigt. Die werden dann gerollt und geraucht und probiert und verändert. Und das war wohl die neunte Mischung, die den Testpersonen am besten schmeckte. Und somit war quasi dieser Blend hier geboren. Genau. Ja, welches Format haben wir denn vor uns liegen? Eins meiner absoluten Lieblingsformate, das Lancero Format. Das heißt, wir haben hier eine recht lange Zigarre, knapp 18 Zentimeter. Ein relativ enges oder dünnes Ringmaß, nämlich 38. Das sind so 1,51 Zentimeter. Genau. Das ist wirklich so. Also ich finde diese Zigarren unglaublich edel. Ja, also mir gefallen sie einfach. Es hat sowas. Ich finde, wenn man Lanceros raucht, dann ist es so, wie soll man sagen, die Lancero, die ist so ein bisschen für mich, nicht weil sie so kurz ist, aber der Espresso unter den Zigarren, weil sie wirklich ungefiltert, ohne viel Rauch und Geschmack auf dem Weg zum Mund zu verlieren, ziemlich gezielt quasi den Rauch im Mund anbringt. Und vor allem, man schmeckt meines Erachtens das Deckblatt und das Umblatt viel stärker, als wenn ich hier so einen riesen Knüppel habe. Und das finde ich eben manchmal interessant. Man muss immer denken, jeder Aficionado schaut immer gerne, ach, schau, das schöne Deckblatt und ach, wie toll und ja, und es ist ja auch cool und es ist ja auch schön. Aber wenn meine Zigarre eben so ein, keine Ahnung, so ein Ringmaß von 60 hat und ich habe ein ganz, ganz tolles Deckblatt, das auch vielleicht besonders ist, irgendwie was Besonderes, dann schmecke ich leider meistens nicht so viel davon, weil die Einlage doch dann einfach überwiegt. Und natürlich gibt es diesen alten Zigarrenmythos, sage ich jetzt mal, ja, das Deckblatt macht immer 80 Prozent des Geschmacks aus, das hält sich leider immer noch. Ich finde das Schwachsinn, das ist rein physisch nicht möglich, ja, diese Blätter werden ausgesucht nach Schönheit, das ist ihr Zweck, das ist ihr Sinn und nicht nach Geschmack. Für den Geschmack ist immer noch überwiegend die Einlage zuständig. Und bei den Lancerros ist es eben eher nicht so, gerade weil sie eben so dünn sind und man das Deck- und Umblatt dann doch besser bemerkt, als beispielsweise bei einem ziemlich großen Ringmaß. So, aber jetzt genug Gequatsche zu den Lancerros. Wir haben ja schon gesagt, was quasi in der Zigarre vorhanden ist, also Deckblatt Nicaragua ist ein Corojo, ein Oscuro, Umblatt Nicaragua, Einlage Nicaragua, also komplett ein Puro. Ähm, genau, dann lasst uns doch einfach mal, nachdem wir so ein bisschen die technischen Daten bequatscht haben, lasst uns doch einfach mal in den Rauchprozess starten. Ja, also, wenn man an die Zigarre Feuer gibt, beginnt sie in den ersten, ja, drei Minuten oder so sehr, sehr pfeffrig. Nicht unangenehm pfeffrig, aber deutlich, deutlich spürbar pfeffrig, ja, da ist schon was los, da geht schon was ab. Ähm, das legt sich aber, wie gesagt, nach diesen drei Minuten recht schnell und dann kommt die Zigarre sehr, sehr, oh, das ist sehr, sehr geschmacksintensiv daher. Wir haben am Anfang, im ersten Drittel, haben wir, ähm, ein ganz tiefes Leder, was leicht erdiges, das können wir uns merken für später, was leicht erdiges und vor allem Kaffeenoten. Schöne Kaffeenoten, dunkle Kaffeenoten, fast ähnlich wie bei einer, wie bei einer Gut Maduro Zigarre. Ähm, wenn wir dann so vom ersten ins zweite Drittel rutschen, nimmt dieser Kaffee nochmal an Fahrt auf. Und dann kommt was sehr, sehr Interessantes bei dieser Zigarre. Es kommen Gewürze durch, es kommen Gewürze wie, ähm, wie Zimt, also leichter Zimt durch. Es kommen aber auch, äh, Gewürze wie Muskatnuss und auch sowas, äh, Kräuterartiges. Also wirklich, wirklich, ähm, ja, wie soll man es am besten beschreiben? So eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, Petersilie und Liebstöckel. Also das kennen viele wahrscheinlich auch unter Maggi-Kraut. Ähm, so eine leichte Mischung aus diesen beiden Kräutern ist da auch mit dabei. Und das ist so, so lecker. Ähm, das hat schon, ja, das ist schon fast so in die Richtung Umami, ja. Da geht es gar nicht um die Süße, um die Crema, sondern hier geht es schon wirklich ins Eingemachte rein. Und dann kommen wir quasi auch jetzt hier schon zum dritten Drittel, weil dann geht es richtig los. Dann kommt wirklich diese fleischig-würzige Richtung. Es ist genial. Und begleitend zu dieser fleischigen Umami-Würze, sag ich jetzt mal, so diesem richtig deftigen, kommt noch ein Toast. Und dieser Toast ist auch erste Sahne. Es ist unglaublich lecker. Was man bei dieser Zigarre aber sagen muss, obacht, es ist eine recht starke Zigarre. Also ich würde diese Zigarre nicht auf leeren Magen rauchen. Ich habe sie nach dem Abendessen geraucht und selbst da muss ich sagen, ich habe sie tatsächlich gespürt. Ich habe sie tatsächlich gespürt und das muss schon was heißen. Also ich kann schon eigentlich einiges ab. Aber für jeden wirklich, der es ein bisschen kavummig mag, der da ordentlich nicht nur Nikotin, sondern auch Geschmack im Mund haben will, der schmecken möchte, dass er eine Zigarre raucht, für den ist diese Zigarre definitiv was. Gerade wirklich dieses letzte Drittel, was wirklich so nochmal ordentlich, also in jeder Hinsicht nochmal ordentlich, ordentlich zulegt. Ich sage mal so, also dieses fleischig-würzige oder gewürzige ist vielleicht das Bessere. Das bleibt, aber auch, ich sage mal, der Kaffee, den man eigentlich durchgehend hat, der bleibt am Ende auch noch hängen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung, eine ganz, ganz tolle Melange. Und ich muss sagen, schade, dass ich von den Zigarren nicht vorher schon eins in der Hand hatte, eine in der Hand hatte. Die sind klasse und das ist so wirklich Potenzial, wo ich sagen würde, da kann man mehr von im Haus haben. Vor allem, wenn ich jetzt auch noch bedenke, ich weiß nicht gerade momentan, wie es um diese Zigarre steht. Es gibt sie momentan nur in zwei Online-Shops. In einem ist sie ausverkauft und der andere hat sie noch und das ist Cigar World. Und das sind sie sogar stark reduziert, nämlich 18%. Wenn ihr euch jetzt auch noch vorstellt, dass diese Zigarre 6,50 Euro pro Stick kostet, das ist meines Erachtens für diese Zigarre ein Witz. Vor allem, wenn ich auch noch in Betracht ziehe, dass Verarbeitung top war, Zug top war, Abbrang top war. Also wirklich beide Daumen nach oben für diese Zigarre. Es war wirklich ein Leckerchen. Es kann für mich keine All-Day sein, da sie da wirklich ein bisschen zu krachig, zu kawummig ist. Das ist schon sowas, gerade wenn ich jetzt daran denke, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, mit diesem Gewürze, fleischig Umami, Toast und so weiter. Ich könnte mir diese Zigarre vorstellen als idealen Begleiter für den kommenden Sommer. Vor allem, wenn wir daran denken, wir machen einen schönen Grillabend oder ähnliches. Es gab, was weiß ich, lecker Spare Ribs und Würstchen und deftige Speisen, dazu Salate. Dann diese Zigarre danach. Vielleicht noch, keine Ahnung, mit einem schönen, malzigen Guinness aus der Dose, schön mit CO2-Kapseln oder was weiß ich, was drin sind. Da kann ich mir diese Zigarre super vorstellen. Da breitet sie ihr ganzes Können sozusagen aus, wenn sie noch mit so einem Getränk wie einem Guinness kombiniert wird. Also, wie gesagt, die hat mich heute geflasht, deswegen habe ich dieses Video auch hier quasi aufgenommen. Ich finde sie super und ich hoffe, dass die Importeure da nochmal nachlegen, sie auch in den anderen Formaten zurückholen. Die sind nämlich auch alle ausverkauft. Also es gibt nicht nur das Lanzero, obwohl die mir jetzt wirklich sehr gut gefallen hat. Es gibt auch Doppel-Corona, da gab es eine Limitada, dann gab es die Minutos, das sind wohl recht kleine. Eine Robusto gibt es, eine Toro und Torpedos, die so im Endeffekt, ja, ein bisschen längere Toro sind, eben hinten mit dem Torpedokopf. Ja, also wie gesagt, klasse Zigarre, großes Lob an das Vater-Sohn-Gespann-Blanko weitermachen. Wenn eure restlichen Zigarren so gut sind, dann seid ihr bestimmt auch gut auf dem deutschen Markt aufgehoben. Genau. Okay, ich glaube, ich quatsche nicht noch arg viel weiter, sondern belasse es mal dabei. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ganz, ganz wichtig, Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.